Gülay Warle Gülay Warle Gülay Warle Hallo, ich bin Firdis Oraq, 31 Jahre alt, bin Architektin und als Lehrbeauftragte tätig. Hallo. Mein Name ist Soner Ischler. Ich bin 31 Jahre alt, von Beruf Versicherungsfachmann, bin verheiratet und habe eine Tochter. Hallo, mein Name ist Cidem Kirik, 32 Jahre alt. Ich bin gebürtige Regensbürgerin und Betriebsbürgerin. Meistiniz için, bu konuda çalışmak bizi mutlu ediyor. Çocuklar dünyamızın en büyük parçaları, onlar için her türlü yardıma varız. Bu yolda bir umut ışığı olmak için buradayız.